Er sitzt hier in der Mitte, dann merkst du nichts in der Mitte. Ey, mach mal Platz frei, da muss ich gleich so oder so hin. Oh, ich bin schon mit der Kimme drin, Alter. Schön ist es. Weg an. Hardrock. Hardrock. Ich würde sagen, Jesper. Ich bleibe gleich aus, ich spreche mir sofort den Fuß, ey. Ich bin der. Junge, du fliege. Entschuldigung, ich fliege jetzt erst mal raus. Ja, ich fliege jetzt mal raus. Robert. Ja, meinst du, jetzt fliegt mir noch den Liga, wo ich deine Beine auch noch da bin? Meinst du? Nein, das ist mir gut, das fliegt. Ja, ich fliege jetzt mal raus. Ja, ich fliege jetzt mal raus. Oh, ich fliege jetzt mal raus.